Augenleserbehandlungen gehören zu den sichersten Eingriffen im Bereich der Medizin. Sie sind seit über 30 Jahren auf dem Markt und sie wurden auch stetig seit 30 Jahren immer verbessert. Es ist völlig normal, dass man vor einer Augenleseroperation Angst hat. Die meisten Patienten fragen mich, vor so einem Eingriff kann man erblinden. Die Wahrscheinlichkeit einer Erblindung nach einer Augenleseroperation liegt bei null. Und wir werden alles tun, damit sie so gut wie möglich nach so einer Operation sehen können. Ich lade Sie herzlichst ein, unser Team persönlich zu kontaktieren. Während des ersten Gesprächs können Sie erste Fragen stellen und Sie können auch den ersten Eindruck gewinnen, wie wir mit dem Patienten umgehen und was sie bei uns zu erwarten haben.